und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu human fall flat mit der lieben honey so jetzt machen wir wieder eine folge bis weiter kommen oder ich nicht wieder in der kacke erst an die wir einfach haben wir das im team ich theoretisch nicht jetzt einfach hier aus auf dem karton ich habe sie geschafft ich bin auf dem karton nicht drauf gekommen ich halt einfach hier lang und sieht auf dem ging das geht die kartons ins wasser geschieben ja hast du getan ja das meer unendliche weiten es ist das one unendlich also ich sehe das ende ich nicht ich glaube das war nicht so schlau sie gemacht haben die kisten weil die sind halt sehr weit weg auch in der wüste die kisten ich gehe mal ja ich gehe mal ich gehe mal ich gehe mal für mich okay kommen da nicht rüber jetzt mal really weil wir die scheiße geworfen haben oder eigentlich ich geil das ist ja richtig geil gelandet ich kann ja auch schon okay wow wow schon wieder man wow really das scheiß spawnpoint alter okay jetzt festhalten auf jeden Fall hier oben festhalten und gucken wo ich hinspringen kann okay ja nice, sehr gut wow das war echt nicht schlau mit den kisten was ich hier gemacht habe fuck man ich komme da nicht mehr hoch ey der spawnpoint ist echt ein aaaah allerwertesten du musst da einfach die arme ausbrechen damit du dich vielleicht oben im krankwärts dann gucken wo du runterfällst dass du da genau drauf fällst aber generell ich frage ist jetzt haben wir das gerade ich habe das kaputt gemacht ich komme ja nicht so dran ja ich ich hänge hier so ein bisschen ab warte 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 ich mache gleich doppelten salto okay ich gucke aber du bist ein Held du bist ein du bist ein du bist einfach fallen lassen du bist hier drauf gewesen wow warte ich mache doppelten salto an der Ausführung hm war einfach her das stimmt das war es doch kacke hier ich hab es war echt nicht schlau man kann man was von hier oben ich wollte sich aber nicht fest das ist ja vor viel austricksen dafür zu überspringen ich glaube dass wir noch nicht starten müssen wir das mit dem container 9 machen ja eine kontrolle laden wird auch kurz ja doch komm schon unser schiff ist abgefahren jetzt hier ist es hier ist die kiste 1 ok also erst mal die kiste hier die kannst du stehen das woche ich gar nicht wenn ich ehrlich bin oder ich das falsch ich brauche hier also ich brauche ja gar nicht nur die kleinen hier alles schöne ein nach man jetzt diesmal nicht so wie eben ist halt echt doof naja hey ja das ist ein bisschen doof hallo ist wieder rein danke sparen schabelt sich ein bisschen anders da und hat man nicht gucken einfach dazu macht nix ja die komische weißt du mir egal das war jetzt nicht so durchdacht oh da 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 okay gut ich hab's hier vorne wieder gespawnt warum auch immer wo bist du gespawnt also wir können jetzt hier können wir jetzt laufen wow wow oh fuck aber es geht speichern okay tschüss tschüss so 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 okay weiß nicht was wir machen ich glaube die die greifen nein du bist alleine ja ich ich kann halt auch mit dem ding nicht wieder zurückkommen das geht nach der strömung das war los dass sie einfach dass sie einfach weiter oder du kannst ja nicht passieren wer das schaffst du nicht so jetzt hier warten also oder kein speicherpunkt nenne ja warte mal ich glaube schon mal ein bisschen helf es das nächste flot Wie er in den Kopf schüttelt Okay Ja Wieso wusste ich das? Ich brauchte nur zurückgucken Wieso wusste ich das? Ja Geh auf Geh auf Oh Ja Kontrollpunkt neu laden bitte Warte mal kurz I have an idea Okay A bad idea Also brauchen wir jetzt da diesen Anker da vorne oder nicht? Äh Ja Nein Ich glaub Kommst du? Kommst du? Du glaubst ja okay dann Damit halt das Schiff hier, also dieses Floß stehen bleibt Ich krieg meine Hand nicht mehr nach vorne Kannst du bitte einlochen hier? Äh Ich hab nur eine Hand Ja dann nimm die andere Hand dazu Das geht Das geht Das geht Ich krieg die nicht nach vorne Heute Wollte ich halte an dem blauen Linkster schieben Und bin da herunter gefallen Das ist doch was ich erstmal hier für da fahren muss oder? Ah Warte 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 Ich hab das jetzt ein bisschen Genau bei der Aktien bin ich dann runter gefallen Kannst du ein bisschen langsamer werden bitte? Anhalten Der muss da hin Ja Die gehst da Go Floß Go Ähm Aua Uff Ähm Wow Weißt du ich fall mit Alter Warte 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 Tschüss Wow Hey Danke Bitte Ähm Lässt du mich los? Mh Nö Speichern Uff Warte Warte nicht einsteigen bevor ich da bin Warte nicht einsteigen bevor ich da bin Was hat mich einsteiger Be- Ich rutsche ins Wasser Äh Ich rutsche ins Wasser Äh So Ja geil gemacht Geil gemacht Geil gemacht Hany Geil gemacht Hier Ich geb dir den Da bitteschön Ja Warte Halt die mal Genau Warte 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 Oh Oh Das war glaub ich keine Kanten so gute Idee Ach komm Nein Nein Ich auch jumpen Ich zwar nicht aber Mach ich immer Weil ich Ins Wasser gefallen war Oh Uff ich komm dann gar nicht hoch Ah, da ganz hinten bist du noch, okay. Das, ähm, kannst du mir die Arme heben, danke. Beide Arme brauche ich. Puh, knapp, knapp. Nein! Der läuft, der läuft einfach. Oh nein, ich muss mal raus. Okay, ich bin... Oh, endlich. My heart will go on. Nein, mir. Far. Wherever you are. My heart will go on. Go on and on. La, 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 la. Vor allem, ich so mit dem Bein wackeln die ganze Zeit. Als ob ich gerade... Ne, wie das aussieht, das ist... Nein, stopp, jetzt, hör auf. Hör auf. Ähm... Okay. Aua. Und jetzt mal wieder doch ein Checkpoint, geil. Nein! Ja, den brauch ich jetzt auch. Glaub ich. Mal gucken. vielleicht komme ich auch so ein bisschen weiter ja die seilbahn geil du klebst da sogar vorne als figur dran mit helm aber ohne aber sonst ja 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 Na gut, wir haben es über das Schiff geschafft, dann sage ich jetzt mal Dankeschön für das scheinbar Human Full Flat mit der lieben Hanni. Und dann bis zum nächsten Mal.